Puschen jetzt erstmal, ne? Jo. Wenn dann Müsli und Rules reinkommen, kommen auch zwei von denen nicht rein. Alter, was ist denn das für eine Holzleitung, Alter? Vier Leute kommen nicht rein. Vier Leute kommen nicht rein, Alter. Oh mein Gott, Alter. Da kannst du direkt Switchbox schreiben, Alter. Auf sowas kannst du... Ey, das ist so lächerlich, Mann. Du sollst auf so einer Holzleitung spielen. Ey, nice, Alter, nice. Da hört man nicht los. Ja, wollt grad sagen, Alter. Das ist so eine geile Müsli-Leitung, ey. Nice. Oh Gott. Alter, ich habe immer noch synchronisierende Spiele. Ja, ich auch. Ja, der hat das Spiele eigentlich beendet. Ja, jetzt geht's. Ich habe jetzt ein Standbild. Cleo, du auch? Ja, freilich. Ah, okay. Ich bin schon komplett reizt. Ja, ja. Sind alle rausgeflogen. Also die vier, die nicht reingekommen sind. Was ist denn das für ein Rotz, Alter? Ohne Witz. Wir wollen uns doch echt verarschen. Ich schreibe dem Hypno-Flop mal direkt. Ah. Soll ich steuern bei dem? Ne, oder soll ich noch draußen bleiben? Ne, ich schlade euch. Du kannst eh nicht nachvollziehen, wer Host ist. Bei denen. Doch. Ja, weil er muss wissen, wer Host ist. Das ist eigentlich immer der, der ganz oben steht. Bei dem, im Team. Ja, aber du kannst doch kurz. Das habe ich mit Cleo ja auch schon gemacht, dass wir einfach kurz das Team gewechselt haben. Ja, klar. Ja, weil er weiß doch, wer Host ist. Wie gesagt. Was hast du denn geschrieben? Switch Host. Ja, machen sie ja nicht. Mal gespannt. Ja, Nummer zwei würde ich mal sagen, wa? Ja. Oh, ich bin drin. Oh. Yeah. Wir haben alle 3-Bar, 2-Bar. Ja, nice. Alter, nice. Ja, die Host ist auch nicht gewechselt. Oh Gott. Und wie es schwankt, ey. Übel. Na ja, das Beste draus machen. Und nix gestumpt. Da tu er. Oh lol. Oben. Wundengang ist auch einer durch. Da hat du einer. Nein, der kommt gleich von hinten bei mir. 2-on-1, 2-on-1, 2-on-1. Müsli kommt zu Cleo irgendwie. Ja, ja. Ich muss mich noch irgendwie... Oh shit. Im Haus unten. Da war er. Da rüber. Buh. Knappes Ding, aber gut gemacht. Oh Gott. Schön. Ey, der hat eine übelkranke Granate geworfen. Ja, die Nate, mit der ich gestorben bin, die war auch geil. Die ist in der Luft explodiert. Ja, aber ich wäre auf meine direkt dann von hinten. Dann dürfte da auch nix mehr anfangen. Wird richtig eklig. Ich seh's schon kommen. Asbot gestunnt. Er ist down, Asbot. Da war noch einer in der Garten oder so. Da kam noch eine Nate. Ich werfe... Ja, rechts vom Garten. Bauen. Döner ist durch zum Baseboard. Kommt Brunengang wahrscheinlich. Ja, Brunengang. Ja, Brunengang. Brunengang down. Sauber. Hinten ist noch safe, Müsli. Ja, noch ist hinten alles safe. Bei mir vorne. Ich kann jetzt mal Bierhaus... Ne, ich bleib einfach hier. Ich bin cool. Doch, doch. Gut. Ah, gut. Sauber. Gut. Gut, grunts. Get ready for the next round. Hatsby haus top. Ruhig könnten gehen. So schnell kommt der da eh nicht rum. Na gut, das stimmt. Na gut, da merk ich mal viel Zukunft. Weil da hätt ich jetzt noch besser am Überblick gehabt. Immer besser, wenn vier Leute auf einen schießen, statt mit zwei oder so. Ja, dann geht er wenigstens auch hoffentlich tot, ne? Ja, sowieso aufs Home-Host. Ja. Oh, Alter. Ich stockt, two bar und... Was machst du jetzt hier vorne, Rules? Ja, nur den Nate werfen. Kiste oder Stato? Brunengang. Zwei sind Kiste, ne? Brunengang down. Zwei Kiste. Ja, zwei. Einer Spawn-Haus. Oh, fuck. Ich Idiot. Spawn-Haus hat mich. Zwei sind die Brunengang. Ja, noch, noch in der Nate down. Ja, ja. Noch, der letzte war auch Brunengang. Sind noch zwei. Ach ja. Der andere war vorhin im Spawn-Haus. Der hatte F.A.L. Boah, Gott sei Dank. Werde schuld, wenn die so einen Assi hosten lassen, ey. Echt. Gegen Doktors Sponsor-Leitung kommt kein Host an. Get ready for the next round. Gut, der hat auch nicht mehr so richtig getroffen, da muss man auch sagen. Gott sei Dank hatte der F.A.L. nichts vollautomatisches oder M8 oder sowas, ey. Ja, ja. Das wäre anders aus. Auf B. Auf B. Alles klar, okay. Ich hole die Bombe und gehe aus unten. Nichts gestand, Klero. Jo, vorne einer. Oh, hab den. Nochmal, einer vorne, nochmal. Am Dönor Ding war der. Links vom Dönor. Hab den. Kommt rum. Hab den. Hab den. Klick jetzt, Jungs. Jo. Klick, äh, jo. Richtung B-Haushalt, nach hinten. Guck die Bombe, guck die Bombe nicht, dass der Nini-Defuse macht. Der ist bei der Bombe. Bombe. Ja, ne, ich hab doch schon geguckt. Ist okay, ist alles sauber. Hier, B-Haushalt, B-Haushalt, B-Haushalt. FAL ist wieder reingesprungen. Oben, drauf auf dem Balkon. Lass ihn kommen, unten, unten, unten. Brunnen. Hab den. Gut, gut, Grunts. Get ready for the next round. Rot ist einer. B-Haush unten. Ist zurückgerankt. B-Haushalt, B-Haushalt, B-Haushalt. B-Haushalt. Ah, so hast du sie nicht. Ich weiß, falls du trotz… B-Haushalt unten. B-Stator, Collation. B-Haushalt unten. Hab den. Asport, andere Statur. Stator ist zurückgerannt. An der Garten drinnen. Links Asport. Asport down, der letzte Staturkiste. Kiste, 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 Kiste. Reingespr AJ, ist irgendwann nochmal zum Müll. Ist das von hinten, jetzt kommt? Nenä, ich bin hier. Der ist doch nicht raus aus dem 2 skip�URO DRK. Oh, Spawnhost top. F.A.L. Im Spawn, heu. Bleibt hinten. Er ist ein Leichtweak. Oben Lager. Mal lassen. Mal lassen. Müsli, du bist viel zu weit. Jetzt bist du viel zu weit hinten, Alter. Ja gut, aber wenn er jetzt flischt. Leut. Er trifft mich hinter der Wand. Wie lange er sich über Wasser gehalten hat. So, ich hab mich extra gewartet. Er war zwar hinten, aber... Wir waren ja auch in der Überzahl, weisch? Hättest du ruhig mal... Was weiß ich, Tankstelle dazu machen können. Ah, ist egal. Wurscht. Nur, dass er halt nicht mal ins B-Haus reinkommt. Einfach, dass der dann im Lager gefangen ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß, da mein Startsrecht. Top! Gestunt, Astro. Ah, gestunt, ja. Mach ne Lager. Top ist Single Week. Double. Immer noch Heuhaus top. Und einer bei Heu hinten. GW Haus. Top. Heuhaus top, immer noch. Beero geht zurück. Geh zurück. Geh zurück. Ich bin hier. Ich bleib hier. Der ist unten. Der kommt B-Haus. Heuhaus top, immer noch. B-Haus drin unten. Hab den. Noch einer. Heuhaus top war letzter. Der ist Heu. Jetzt hinten mein Panzer. Mein Panzer. Ja, hat mich mit Sniper. Passt auf. Sauber. So einfach kann das sein. Never a doubt. Good job.